Liebe Finter, liebe Herren, liebe Freunde, ja, bei diesem Bild habe ich 2020 gemalt, ja, wie die Carmichael-Kohle-Mine in Queensland in Australien von Adani noch sehr die Schlagteilen beeinflusst hat, sage ich jetzt mal so. Und mittig die orange Gehirnzelle auf dem Berg, das ist Adani, ist ein indischer Konzern und der Name Indien stammt ja vom Fluss Indus, der im Himalaya-Gebirge entspringt. Deswegen habe ich grün da den Berg gemalt und rechts der Fluss in Bronzefarben ist der Indus. Immer wenn ich auf Umweltzerstörung, Überschwemmungen und so weiter hinweise, da verwende ich keine schöne blaue Farbe, sondern Bronzefarbe wegen der dreckigen Brühe vom Hochwasser meiner Heimatstadt Passau von 2013 vor 13 Jahren, äh, vor 10 Jahren. Und daneben die Marionette in Queensland, die das alles abgesegnet hat, ich weiß auch nicht, es gab Beschwerden bei den Vereinten Nationen, aber das, ich weiß nicht, das wurde alles, ja, das hat alles nichts gebracht. Und daneben 1920 bis 2020, ähm, ja, als und im, äh, es gab die gestohlene Generation, äh, das sind praktisch, äh, weiße, äh, weiße Australierinnen und Australier haben, ich glaube so zwischen 1920 und 1970, äh, mit Gewalt, ähm, die Kinder der indigenen Einwohner, also in der Aborigines und der Torres, äh, Straßen, äh, Insulaner Kinder, ist in der, äh, Torresstraße, ist die Meerenge, ich glaube 150 oder 160 Kilometer zwischen Queensland und, äh, Papua-Neuguinea. Und das habe ich eben so dargestellt, dass Australien da nichts dazu gelernt hat. Äh, beziehungsweise war ja auch, äh, die, äh, Carmichael-Kohle-Mühne, die steht jetzt auf den heiligen Städten der Wangan-Yanga-Lingo-Aborigines. Und deswegen meint eine Gehirnzelle, äh, darunter, unter anderem war ja auch das, äh, Kretberia rief, wegen dem Klimawandelausbleich, deswegen habe ich rechts, äh, rot gemalt und dann gelb, weil die Korallen ausbleichen. Und darüber, ähm, eine Gehirnzelle mit Flügeln, weil so eine Skulptur vor der Siemens-Zentrale in München steht, weil Siemens, ähm, die Signalleitungen, äh, an Adani geliefert hat, und Herr Käser war da maßgeblich beeinvolviert, deswegen, äh, Käser, Käse, deswegen habe ich so ein gelbe, einen gelben Fleck auf den Flammen gemalt. Und die Flammen, das Feuer, äh, steht natürlich für die, für die Buschbrände durch den Klimawandel, jetzt, äh, in der Buschfeuer, ähm, Saison 2019, 2020. Und, äh, in, in Afrika, äh, gibt es auch die Afrikas grüne Mauer im Sahel, und, äh, Afrikas grüne Mauer im Sahel, äh, und die ist natürlich auch dadurch gefährdet durch den Klimawandel, deswegen habe ich oben blau und unten gelb gemalt. Und unten habe ich einen Baobabbaum, ähm, gemalt. Der sieht so aus, wie wenn er mit dem Kopf in der Erde stecken würde, ähm, und die Zunge heraushängt. Äh, und, äh, die Gehirnzelle, die versorgt ihn mit Wasser, und ist ganz traurig, weil er eindeut. Und deswegen habe ich wegen dem Klimawandel auch unten, ähm, Afrikas grüne Mauer im Sahel, und das grüne Band ist ja auch ein Naturschutzprojekt in Europa dargestellt, und es wird immer, äh, gelber und gelber, je weiter man nach unten kommt. Und, äh, unten mittig oder unten rechts, äh, ist der Tafelberg dargestellt, weil ja auch, ähm, Herr Platter bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2010, äh, er unbedingt, ähm, ja, in, äh, die Stadien, äh, in sehr wertvollen Naturschutzgebieten, ähm, hinstellen musste. Und da hat er auch ein ganz altes Gesetz, äh, nichts mehr gebracht. Das wurde alles platt gemacht. Und, äh, Tafelberg mit der Wolkentischdecke, und da Herr Platter aus der Schweiz stammt, die Schweizer, äh, Staatsbürgerschaft hat, habe ich eben das weiße Kreuz und der rote Hintergrund der, äh, Flagge, der Nationalflagge der Schweiz gemalt. Und Kapstadt hatte 2015 eine Wasserknappheit, die auch mit dem, denke ich jetzt mal, mit dem Klimawandel zu tun hat, bin mir ziemlich sicher. Und genau. Ja, dann vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Tschüss und auf Wiedersehen.